Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Wir waren glücklich, dass wir das in ihrer Wallet finden. Mom? Mom? Hallo? Guten Morgen! In zehn Minuten müssen wir los. Komm, komm, halt, stopp! Du hast mich fast zerquält. Nicht, dass du was verpasst, du Entzuchtopfer. Warte doch mal, die Tür ist noch nicht zu! Wir sind nicht auf dem Highway! Nein, wir sind nicht auf dem Highway! So weit bin ich auch schon! Sophie, sei bitte vorsichtig, ja? Oh, fuck, fuck, oh, fuck! Sie wollen uns singen? Ja! Kannst du uns was aus deiner Zeit in Amsterdam erzählen? Das muss doch nicht gleich am ersten Tag sein. Das weiß ich auch. Nicht der Antje! Verdammt, ich heiß nicht der Antje! Don't be dead! Inside! Now! Warum gehen Kaninchen immer so früh ins Bett? Weiß ich nicht! Na eben, weil sie sich nur zwei Zähne putzen müssen! Ja! Ha 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 ha!